Bei vielen ihrer Bewohner ist die Europäische Union ja nicht gerade beliebt. Aber von außen betrachtet scheint sie ziemlich sexy zu sein. Die Menschen kommen gern zu uns. 200 Millionen Nicht-EU-Bürger reisen jedes Jahr ein. Manchen Besucher gefällt es so gut, dass er gar nicht mehr wieder weg will. Selbst dann nicht, wenn das Visum längst abgelaufen ist. Diese Leute nennt man die sogenannten Overstayer. Aber aufgepasst, liebe Overstayer, gegen euch will Brüssel jetzt vorgehen. Entry Exit System, oder kurz EES, nennt sich der neuste Clou der Brüsseler Bürokraten. Ein Hightech-Vorhaben für die EU-Außengrenze, bei dem Erich Honecker feuchte Augen bekommen hätte. Zwar sind bislang keine Mauern und auch keine Selbstschussanlagen geplant, aber die Grenzkontrollstationen sollen kräftig aufgerüstet werden. In Zukunft sollen dann direkt bei der Einreise in die EU Fingerabdrücke erfasst werden, Gesichtsscanner zum Einsatz kommen und die geplante Aufenthaltsdauer einreisewilliger registriert werden. Alles automatisch, ohne Grenzbeamte und altmodischen Stempel. Im Pass, schöne neue Digitalwelt. Die EU. Digital first, Bedenkung second. Die erfassten Daten sollen dann gleich an die Grenzbehörde weitergeleitet werden. Wenn jemand länger bleibt als angegeben, also an der automatischen Grenzkontrollstation keine fristgerechte Ausreise registriert wird, soll es eine Alarmmeldung geben. So wissen die Behörden dann gleich Bescheid, wenn sich jemand unbefugt auf EU-Gebiet aufhält. Ordnung muss schließlich sein. Sollte EES kommen, wird das leider richtig teuer. Gut eine Milliarde Euro allein in den ersten zehn Jahren, so Schätzungen. Denn die EU-Außengrenze ist lang. Mehr als 14.000 Kilometer. Also dieselbe Strecke wie von unserem Studio hier bis nach Australien. 1.800 Grenzübergangsstellen müssten mit der neuen Technik ausgestattet werden. Nur mit einer straffen Kontrolle der EU-Außengrenzen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, lassen sich die offenen Binnengrenzen in Zeiten des Terrorismus auch weiterhin aufrechterhalten. Kritiker halten dagegen, EES ist nicht nur immens teuer, sondern auch anfällig. Bei Tests versagten schon mal die Fingerabdruckerkennung bei sehr niedrigen Temperaturen und der Abgleich mit Kamerabildern misslang bei einem Pilotversuch am Stockholmer Flughafen in zwei Dritteln aller Fälle. Und auf ein viel gravierenderes Problem stießen jetzt die Hausjuristen des EU-Parlaments. EES ist schlichtweg illegal, sagen sie. Denn die erfassten Daten sollen bis zu drei Jahren gespeichert werden dürfen. Und das verstößt gegen das EU-Grundrecht auf Datenschutz. Demnach dürfen Daten überhaupt nur gespeichert werden, wenn es ernsthafte Hinweise auf Terrorgefahr oder Kriminalität gäbe. Der Rechtsdienst des Parlaments irrt, entgegnet Monika Hohlmeier, ihres Zeichens CSU-Abgeordnete im EU-Parlament. Außerdem landet der Datenberg allein bei EU-Behörden. Sensible Daten wie politische Positionen, Gesundheitszustand oder sexuelle Orientierung seien ja gar nicht enthalten. Teuer, ineffektiv, illegal und dazu noch genauso sinnvoll wie die Nominierung eines Kanzlerkandidaten durch die SPD. Es ist sehr schwer, das Problem zu finden, das mit dem Entry-Exit-System gelöst werden soll, sagt der belgische Politikwissenschaftler Julien Jean Desboz. Bei den Visa-Overstehern handelt es sich meistens um Studenten, die heimlich ein paar Wochen länger bleiben und nicht gerade um Terroristen. Außerdem, selbst wenn festgestellt wird, dass jemand länger bleibt als er darf, wie will man ihn aus der EU rauswerfen, wenn man gar nicht weiß, wo er sich aufhält? EES sei nur irgendeine Show-Maßnahme, sagt der Luxemburger Christdemokrat Frank Engel. Damit soll einer nach Law and Order dürstenden Gesellschaft signalisiert werden, wir tun etwas. Nur muss eine Show-Maßnahme der Walker EU-Ranger wirklich eine Milliarde Euro kosten? Anfang Oktober soll im EU-Parlament über ESS abgestimmt werden. Sollte es kommen, es wäre der nächste Schritt in Richtung Totalüberwachung und zudem ein gruseliges Instrument, wenn mal Rechte an die Macht kommen. Aber das wird natürlich nie passieren.